Die private Braumanufaktur Lanzkron empfiehlt das Bier des Monats. Die private Braumanufaktur Lanzkron empfiehlt das Bier des Monats. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Bier des Monats September und diesmal aus dem Waldhotel Cottbus. An meiner Seite, wie stets, der Lanzkronen Braumeister Herr Matthias Greil. Hallo. Wir haben natürlich auf der Bowlingbahn schon einige Schlückchen des Bier des Monats probiert und ich habe so für mich festgestellt, es hat ganz schön in sich, das Bier. Ja, da haben es richtig geschmeckt. Lanzkronen Goldbock, unser Bier des Monats September. Der Name Bockbier, wie es schon sagt, ein Starkbier, heißt mindestens 16% Stammwürze, umgerechnet etwa 6,3% Alkohol, also da ist schon was drin. Und wenn man sich das anschaut, eine schöne, kräftige Farbe, malzbetont vom Geschmack und durch die lange Lagerung bei uns in Görlitz hat es natürlich eine kräftige Esternote, also sprich so eine Art leicht weinartig-fruchtige Note. Deshalb eine schöne Alternative zum Wein, speziell zum Rotwein, gerade jetzt im September. Aber bevor wir lange reden, zum Wohl. Richtig kräftig, lecker. Hat einen kräftigen Geschmack und dazu braucht natürlich auch das Ganze eine entsprechend kräftige Speise. Also ich würde empfehlen hier eine schöne Wildspeise, eine schöne Wildplatte. Das passt sehr schön zum Goldbock. Wildgerichte sind natürlich auch das Stichwort, liebe Zuschauer. Sie können davon reichhaltig genießen hier im Waldhotel Cottbus und ich habe erfahren, dass alle Produkte, alle Waren aus der Region direkt bezogen werden, frisch zubereitet und so sich auch die Speisekarte jahreszeitlich immer lecker anpasst. Und vielleicht haben Sie auch Lust, die nächste Feierlichkeit hier im Waldhotel auszurichten. Ja, und ich darf auch die Zuschauer und Sie natürlich ganz speziell schon zum nächsten Mal einladen. Habe ich eine kleine Überraschung für Sie. Ein Parkwitzer Hof mit einem kleinen Vierbeiner. Gucken wir, ob es Ihnen gefällt. Bin ich gespannt. So, da denke ich, von waren. Guten Appetit. Danke. Und hier ist unsere Preisfrage zum Bier des Monats September. Das kräftige Starkbier Goldbock hat ca. 16% A Stammwürze, B Alkohol oder C Weinanteil. Rufen Sie uns morgen an unter 380390 oder 3803940 oder schicken Sie eine E-Mail mit Ihrer Adresse an marketing-at-lausitz-tv.de. Lanzkron Goldbock für den goldenen September. Bruck mir, wie der Name sagt, ein Starkbier. Heißt mindestens 16% Alkohol. Ja, Quatsch. Blöd. Lieber ein Lanzkron. Immer ein Genuss.